noch machen müssen und dann aufladen und wieder in kampf rein jetzt haben wir eine schnellere weg nach oben hin danke ja weiße sagung 30 okay ein oder zwei kämpfe 45 kämpfe okay dann levelt der auch schon wieder das ist super ja mal kurz pendeln umsonst viel geld haben wir denn 3000 ja das brauchen wir noch nicht einzahlen das hätte ich sonst eingezahlt und nehmen wir wieder oder wir können das mal ein bisschen transferieren würde ich sagen das ist das schon mal da alles oben so dann würde ich sagen benützen und oben in den himmel sie das schon da ne neos ein bilder total falsch egal einfach weiter fliegen so so klappen hoffentlich hoffentlich auf die insel na gut dann fliegen wir jetzt halt hier lang meine güte auch schnell spiel am leben bleiben jetzt ein stück so runter da ist es schon da ist es schon wir werden eingeschossen und jetzt geht es wieder los eigentlich müsste so langsam so ein boss fight kommen oder so ne oder einfach monster naja das setze ich dann nicht ein ich mach's so ich mach's so ich mach's so machen wir das so noch dann haben wir eigentlich fast alles war war sie natürlich nix ab dankeschön toll dank höhen stirb shit war stoßwirbel so er macht einen einzelnen das hat jetzt natürlich nicht geholfen aber multischuss bestimmt zwei schon mal dauern nice tut er auch schon jawoll sauber schnell wieder heilen jetzt können wir zwei etagen schneller übergehen nochmal hier drüber und da über die leitern haben wir das schon mal oder über die treppe eher gesagt jiu dass wir nicht sprinten können oder so und ein riesengroßer grafikfehler zwei von denen zwei von denen komm wir machen einmal so wir machen einmal so wir machen einmal so und einmal so weil die beiden geben mir wirklich auf den keks von einer kommen wir diesen komischen hässlichen tanz und dann hast du jetzt schon eine arschkarte na da ist er nämlich schon und auch noch flash weil der hatte noch eine intacke vor sich kaboom james kriegt dann wenigstens licht glaube ich an dem schild was ich habe bei ihm was mit gewitter nochmal obwohl jetzt brauchen wir es auch nicht mehr ich mache einfach stoßwirbel die sind sie hier so weiter gehen wir nicht auf den keks fällt um super tschüss 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 eigentlich er hat in der fand der weg hier am meisten dafür ist es auch gut glaube ich gewesen dänky 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 Danke. Jetzt müsste doch der Englis Level 38 werden. Nice. Sechs Talentpunkte, das heißt Sense da und 75. Wir bekommen Urknall, wow. Geile Sache. Da brauche ich eigentlich nicht so viel Mana. Ah, es geht hier weiter. Da um die Ecke. Nee. Oh, den muss ich besiegen. Gar, was ist alles auf den? Äh. Keine Ahnung. Oh, er fand ich ab, kleiner Mann. Oh, er bleibt gerade im Kampf. Kein Schaden, ich glaube es nicht. Aua. Drei von denen mit einem so Metallschleim. Der Metallschleim will ich eigentlich haben. Der bringt viel, viel. Jawoll. Aua. Ich glaube, ich werde jetzt mal so leicht das Monster Team rufen. Ich glaube, das tut weh. Ihr macht mal. Aber noch einen vierten Troll in der Runde. Trollception. Aua. Aua. Alter. Akt zwei euch. Papa Troll kommt. Sicher noch einen Schlag auf den. Was sind wir denn? Boom. Okay, in der Mitte schon mal down. Oh, der war Papa Troll. Nein, nicht auf den nochmal. Was geht denn los hier? Hallo. Ich will nicht wiederbeleben. Danke. Uh, Glück gehabt. Das leben alle. Ah, den soll man schnell durchkriegen. Oh, schnell. Schnell. Nein. Nein. Boah. Ich fiel aus. Wie gesagt. Abwehr reingepumpt. Leben. Der richtig tanky wie die Sau. Das ist das Wichtigste. Uah. Puh, Glück gehabt. 31.000. Da ist es nämlich. Warum ich den besiegen wollte. Das hatte nämlich gute Gründe. So. Er wird zum Löwennerz und bekommt die Mega Heilung. Da ist er. Die heilt viermal irgendwie eine Vollheilung oder so. Ich weiß jetzt nicht ganz genau was sie macht. Aber sie ist extrem heftig. Jetzt können wir wieder nicht bis vollpumpen. Sexy Dame nennt den Zauberschnarch. Angelo. Level 38. Das heißt. Hier müssen wir jetzt auch die 100 vollkriegen. Ja. Wir dürfen jetzt alles hier reinpumpen. Äh. Nagelsschlusstechnik. Verbessert sein Nagelsschluss und meistert den Nagelregen. Okay. Göttlichen Beistand. Das macht glaube ich irgendwie, dass die Zauber mehr Schaden anrichten beim Gegner. Ich meine ja. Okay. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Aber es geht da unten weiter durch. Ich würde nicht nur nen Fight haben vorher. Hier runter? Ist ja egal oder? Kaspar Köppe. Machen wir mal so. Oh ne. Stoßhebel. Obwohl wir keinen Kreisfäger machen. Aber ich würde den Urknall gerne ausprobieren. Was hat er? Nagelregen. Okay. Na, danke. Oh, die sind so nervig. Das Problem ist, die können jetzt alles machen. Sie können uns jedes Mal hinwerfen und angreifen. Ich glaube, ich werde hier sogar sterben. Habe ich die, habe ich die totale Befürchtung. Nochmal so. Ich will den Urknall ausprobieren. Das kostet 30. Okay. Schmor. Lass mich da einfach angreifen. Ich weiß gar nicht, wo man anschlagen kann. So wenig Flinkheit. Der müsste doch als erstes ankommen. Ah, schon mal einen Angriff eingezogen. Hm. Okay. Okay. Ah. Okay. Jetzt macht er nicht nur einen, sondern drei. Und kann vielleicht einer kritten. oder richtig treffen. Oder richtig treffen. Das ist natürlich geil. Schon mal. Ah. Zehn ist. Ah. Leck. Urknall. Boah. Geile Animation. Das ist schon. Alter. Oh, wie viel Schaden. Hahaha. Nice. 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 Nice.